hallo leute hier ist euer so dass von euch im achten part von need for speed will run wir machen weiter ja mal schauen wie weit wir jetzt kommen also heute kommen eher gesagt wird wir heute kommen weil wir sind seit 54. und drei etappen dann haben wir es geschafft tja so läuft es halt also mein video kommt gut an bei euch das ist toll das freut mich euch dass es euch gefällt ich sehe es in meinen kommentaren und so was sie mir so schreibt ich finde es toll von euch danke leute wow was für das nein ich würde auch sagen hier ich würde auch sagen so wie gerade hier gut zu fahren der typisch kämpfe ab hier so geht es doch nicht nein ich hoffe dann wieder neu starten ach man ey ich bin jetzt aufgeregt hier ein bisschen nur ein bisschen man muss ja auch gerade da das war uncool ich glaube was ich mache Ahja. Vorerst kriegen wir es ja nicht. Vier Gegner haben wir jetzt. Cool, das ist ein GTR. Geil. Das sieht cool aus. Sollen wir es auch haben. Kürzer bringt uns ja leider nichts. Das wäre schön, aber... So. Geil. Geil. So. Wahrscheinlich kriegen wir ihn auch noch rein. Mist. Mist. Wir schaffen das gar nicht. Was denn da los? Fail über Fail gerade. So. Jetzt aber nochmal hier. Wir kriegen das schon hin, Leute. Was denn das? Was denn das? Geht denn das? Was denn das? Was. 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 Ja, es gibt schon nicht. Komm schon, wie, 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 das gibt es doch nicht. Egal was, egal wie gut ich fahre, ging einfach nicht überholt. Gibt es auch die Sekunden? Jetzt aber... Was soll denn gerade denn los? Was soll denn los? War keine Ahnung, was los ist, ey. Wow, das war uncool von dem, ey. Nein, aber richtig uncool. Was soll denn los? Ich habe noch eine Minute Zeit, genau. Ich habe noch keine Ahnung, was passiert. Was passiert ist, aber... Keine Ahnung. Das ist wirklich nett. Aber erst gewinnen wir wenigstens. Gewonnen. Oh nein. Die ist schon wieder. Die werden in der ersten Party auch irgendwie eine Backen haben. Hier sind wir als Top 50 stellen wir jetzt. Aber weiter geht's. Markus Blackwell Markus hat seine Chicago in Chicago in Chicago her. Seine Leben schafft für Autos zu wissen. Sein Onkel finanziert, der alle Fäden zieht. Auszugewinnen besteht Markus Hauptmann wird zur Motivation darin, Jack aus dem Rennen zu werfen. Und zwar... Für immer. Krass. Für immer. Ich werde das ein ganzes Mal machen lassen. Unser Mal machen. Entschuldigung. Ich habe ihn schon ein bisschen ausgeholt. Ich sehe Markus Blackwell. Ich sehe das. Let's make it a bit up. Okay, das soll sie sein. Wow. Okay, das soll sie sein. Wow. Okay, das ist ja auch schnell hoch. Rein um dein Leben. Machen wir. Ein bisschen X drücken, oder? Dreieck. Wow. Los weiter, Jack. Los, 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 los. Los, los, los. Und springen. Los, 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 los. Was hat denn hier die auf Jack? Los, 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 los. Glück gehabt. Und dann noch die Kopfschmerzen an der Wacke. Oh Mist. Ich muss auch sagen, Mist. Du gehst vorderum, ich sichere hinten. Hitler. Bam. Tschüss, äh. Kopfschmerzen nicht, Jim. Kopfschmerzen nicht. War kein Widerding oder nicht, Kopfschmerzen, okay? Ich werde es nur stehen. Ich werde es nur stehen. Okay, kein Nitro. 5 Minuten Zeit, um Chicago rauszugehen. Das ohne Nitro. Wow. 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 Fahre zickzack, um den Scheinwerfer auszuweichen. Ja klar, machen wir doch. Aber manchmal kommen die Scheinwerfer direkt zu dir und... Das ist gar nicht gut. Nur überlebt. An alle Einheiten. Ein Zivilhelikopter feuert im Finanzen. Es drückt auf Fahrzeuge. Brauche alle freien Einheiten vor Ort. Schnell. Okay. Hat jemand die Position des Helis? Elter, wie ist es nicht? Der ist ein nördlicher Fluss entlang. Oh, 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 oh. Wow, wow, wow. Jetzt geht hier reiß her. Ne, ich komm ein Treukpunkt. Oh, hier hat zickzack fahren. Mach es schon Los, los, weiter, weiter Ist echt unfair von Heli Wow Ist echt heiß hier So Ja, aber auf Jack muss man geschossen werden, aber auf die Passanten ist es egal oder was? Tolle Cops sagen wir Sieh ist nicht der Aktion, wie hier ist die 1073 auf der Michigan passiert Sieh ist ein Kurs, Sieh ist ein Kurs Ich hab ihn, ich hab ihn, bin unterwegs zum Bahnhof 7,7 Kilometer noch 2 geschafft wir kommen aus dem wagen wir stehen hier gerade ein bisschen ok wo wir jetzt hingehen können wir da irgendwie was machen auch nicht okay geht nicht los 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 wir kommen auch nicht dran ok los 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 wir schauen uns erstmal ab das hat schon mal funktioniert ein bisschen kopfweh aber ok los 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 holen wir uns erst mal um da ist der zug los 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 das ist schon mal geschafft und ausgewischt das war knapp einmal noch ein Kampf auf der Tisch ich habe noch mal Glück gehabt könnte doch alles schief gehen können wir machen weiter das war echt knapp noch egal noch drei etabten dann haben wir es geschafft noch drei stück noch und sind top 50 aber erstmal brauchen wir einen neuen Wagen ich auch oh ein Audi Händler ja cool Audi R8 dann haben wir noch einen so was nehmen wir denn einmal haben wir einen Audi Quattro 20V dann ein Audi RS4 wo wir ja in der ersten Folge glaube ich gefahren sind und den Audi RX8 also von aus dem würde ich eher den Audi RX8 nehmen also Altimer gut aber ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht das RS4 sind wir am ersten Part ja schon gefahren das war ja unser Fluchtwagen glaube ich also wir sagen wir fahren mal mit den Audi R8 ich weiß nicht ich weiß nicht wie ihr es findet ich weiß nicht wie ihr es findet aber ich würde den Gelb mal fahren wer zum beispiel meint der spiel von niferspeed carbon da gab es auch ein boss der darüber hat er auch ein audi a8 gehabt audi a quadro also dann nehmen wir mal den klassen man dem in carbon hätten haben können aber ja egal ich freue mich so drauf den wagen zu fahren ich bin noch nie gefahren leute noch nie die großen sehen so noch zwei etappen noch dann haben wir es geschafft ich schätze mal dass wir diese woche eigentlich fertig werden eigentlich nach meiner rechnung an dem schad dienstag dann werden wir dann so sagen wir mal so in am freitag fertig dann ist ein guter freitag wenn wir fertig diese woche die acht stecken wir ins renn ein ja klar das ist geil gut fand er hat ja schlicht all gerade aber trotzdem ist das geil ich weiß auch warum der darius den wagen hatte aber okay ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht gerade die kenne kommt jetzt oder kommst du mir gerade nur so Ehm, der ist nicht so gut. Oh... ...ehm, der ist nicht so gut. Die ist nicht so gut. Komm rein! Widerstand nach, wenn ich nicht probiere was anderes. Ich weiß nur, ne gute Entscheidung muss ich erst sagen, weil der ist ganz gut. Aber der ist ganz gut fahren damit, der ist gut. Ja, ne, ne. Topisch. Krieg ich mich hin. Oh, jetzt kannst du nicht mehr Kilometer noch müssen. Oh, der ist zu spät. Alter, ich war das zu spät. Mist. Okay. Wow. Was war denn das für eine Aktion? Keine coole, muss ich sagen. Das war echt keine coole Aktion von ihm. Überhaupt nicht. Und noch ein Rennen machen wir noch. Ah, sind jetzt 44 sind wir jetzt. Hab ich das Bett geschafft. Hab ich das Bett geschafft. Ich muss 8 Position gut machen. 2 Uhr. JUST 1 Uhr. Ja. Okay. demi. Alter macht die Tür zu Alter macht die Tür Was hat denn der gemacht, dass er gerade so drinnen geknallt ist? Schnelles Ziel geschafft! Wow, ist schon knapp! Ist auch schief gehen, ja. Wie eben. Keiner. Gewonnen! So, wir fahren noch eins. Und das war gerade mein Laptop, dass der Akku bald leer ist. Also ein Rennen machen wir noch, dann müssen wir aber dann aufhören. Und das war gerade noch. So. 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 Die Position gut machen Das gehen wir hin So, wir kommen noch kurz voran, wir sind jetzt Clash 32 Oh, du hast dich schon in den Bus dran geschreift, oder sonst? Nee, das ist gar nicht gut gewesen Ist das ein Skyline? Ist das ein Skyline, Leute? Wer ist die schon wieder? Ich muss einfach mal gehohe sein Ich bin hier schon genug, oder? Wow Ich habe es gleich geschafft Ich meine, das ist das Ziel Ah, geschafft So, nein, schon nichts aus in mir jetzt So, Leute, ich würde sagen, wir beenden den Part Ich hoffe, es hat euch gefallen Vielen Dank, dass ihr euch abonniert und kommentiert Und seid beim nächsten Mal bei von Niederspots